Kapitel 5 Vom Umgang mit schmerzlichen Emotionen Wut, Sorge, Angst und Schuldgefühle Die Fähigkeit, sich an Vergangenes zu erinnern oder sich Gedanken über die Zukunft zu machen, bedeutet unter anderem, dass wir uns auf gute Zeiten rückbesinnen oder uns auf zukünftige Ereignisse freuen können. Aber diese Fähigkeit ist nicht immer von Vorteil. Häufig werden unsere Gedanken zur Falle. Wut und Schuldgefühle halten uns in der Vergangenheit, Sorgen und Ängste in der Zukunft fest. Aber die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft ist noch nicht da. Angst und Sorge, Wut und Schuldgefühle sind sicherlich schmerzhafte Emotionen, aber Emotionen erfüllen, wie wir bereits wissen, einen positiven Zweck. Ja, sogar Sorge, Angst und Schuldgefühle. Diese Emotionen wollen uns motivieren. Wir sollen etwas, das wir als falsch empfinden, wiedergutmachen. Sie werden nur dann zum Problem, wenn wir zulassen, dass sie uns in die Vergangenheit oder in die Zukunft entführen. In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit achtsamen Möglichkeiten, wie wir verhindern können, dass Wut, Sorge und Angst uns in die Zukunft ziehen. Und wir suchen nach Möglichkeiten, um uns von Wut und Schuldgefühlen zu befreien, die uns in der Vergangenheit festhalten. Im Endeffekt kommen wir besser mit unseren Emotionen zurecht, wenn wir schwierige oder schmerzliche Emotionen zulassen, anstatt sie zu unterdrücken oder zu bekämpfen. Wir haben sehr wohl die Möglichkeit, uns von früheren Überzeugungen zu lösen und andere Herangehensweisen an schwierige Situationen zu entwickeln. Wir können uns von Ängsten und Sorgen freimachen, die etwas mit der Vergangenheit oder der Zukunft zu tun haben und uns auf die Gegenwart konzentrieren. Vielleicht werden einige der hier vorgestellten Empfehlungen neu für sie sein, wie beispielsweise die, sich Sorgenzeit zu genehmigen, einen achtsamen Raum für ihre Wut zu schaffen oder sich so zu verhalten, als hätten sie selbst die Entscheidung getroffen. Das sind keine Spielereien, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken, sondern Ideen und Techniken, die tatsächlich funktionieren. Mithilfe dieser Techniken gewinnen sie die Freiheit, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren und sich auf sie einzulassen. Nachdem Martin einen Italienurlaub gebucht hatte, für den sie ihren Reisepass brauchte, stellte sie beim Blick auf das Dokument fest, dass es abgelaufen war. Sie verbrachte Stunden damit, Formulare für einen neuen Pass auszufüllen und fuhr am Tag darauf, kilometerweit zum nächsten Postamt, um ihren Antrag beim Check-and-Send-Service einzureichen. In der Schlange neben ihr wartete ihr Nachbar Stefan. Martin erzählte ihm begeistert von ihrer bevorstehenden Reise. Als sie an die Reihe kam, überreichte sie dem Schalterbeamten ihren Antrag. Er las ihn durch und gab ihn ihr zurück mit der Bemerkung, er könne ihn nicht annehmen, weil er nicht korrekt ausgefüllt sei. Martins Stimmung wechselte schlagartig. »Soll das ein Witz sein? Es ist lächerlich!«, rief sie aus. Sie stritt mehrere Minuten mit dem Beamten, aber es war klar, dass er das Formular nicht akzeptieren würde. »Tausend Dank auch!«, schnauzte sie den Mann an. Binnen Sekunden hatte sich ihre heitere Stimmung in Wut verwandelt. Kennen Sie solche Situationen? Die unterschiedlichsten Dinge können Wut und Frust auslösen. Ein Freund tut etwas, was ihre Gefühle verletzt. Ihr Arbeitgeber trifft eine Entscheidung, die sich negativ auf ihre Arbeit auswirkt, oder jemand nimmt ihnen auf der Straße die Vorfahrt. Es ist nicht falsch, wütend zu sein. Wut ist eine normale menschliche Emotion, eine natürliche Reaktion. Wann immer wir uns in irgendeiner Weise ungerecht behandelt, beleidigt, bedroht oder angegriffen fühlen. Aber Wut kann uns auch dazu verleiten, Dinge zu tun, die wir später bereuen. Um zu verhindern, oder zumindest die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass so etwas passiert, sollten Sie die folgenden Achtsamkeitstechniken ausprobieren. In manchen Situationen können Sie spüren, wie sich die Wut allmählich aufbaut, während sie in anderen Fällen im Nu hochkocht. Unabhängig davon aber müssen Sie stets Ihre körperlichen Warnsignale im Blick behalten. Lernen Sie, diese bereits im Frühstadium zu erkennen. Vielleicht spüren Sie, wie Ihr Herz schneller schlägt, Ihr Atem rascher geht, sich Ihre Gesichtsmuskeln anspannen, sich Ihr Körper verspannt, Ihre Stimme lauter und schärfer wird. Es besteht kein Grund, diese körperlichen Gefühle zu verurteilen. Beachten Sie sie lediglich. Allein schon dadurch, dass Sie diese Reaktionen wahrnehmen, sind Sie achtsam. Das ist ein guter Anfang, um alles zu verlangsamen, und es gibt Ihnen die Chance, klarer zu denken. Wie auch immer Ihre körperlichen Gefühle aussehen, es besteht kein Grund, warum Sie Ihre Wut unterdrücken oder leugnen sollten. Nehmen Sie Ihre Gefühle zur Kenntnis und übernehmen Sie dafür die Verantwortung. Martin sollte also Ihre eigene Verfassung »Ich bin ärgerlich« anerkennen, statt dem Postbeamten vorzuwerfen, dass er den Vorgang absichtlich verkompliziere. Zweitens. Strengen Sie Ihren Kopf an. Es passiert leicht, dass wir irrational und unlogisch werden, sobald unser Verstand von Wutgefühlen überwältigt wird. In diesem Moment ist vor allem eines wichtig. Wir müssen die Wahrscheinlichkeit, die Kontrolle zu verlieren, reduzieren und unsere Fähigkeit zum klaren Denken verbessern. Wenn Sie also merken, wie die Wut in Ihnen aufsteigt, sollten Sie innehalten und sich fragen, »Bin ich so wütend, dass ich nicht klar denken kann? Bin ich so wütend, dass ich verbal und körperlich um mich schlagen möchte?« Wenn die Antwort »Ja« lautet, sollten Sie sich erst beruhigen und die Gefühle abklingen lassen, bevor Sie reagieren, damit Sie letztlich zum Augenblick zurückfinden und wieder klar denken können. Solange die Wut Sie befeuert, greift Ihr Gehirn auf den Mandelkern zurück, den emotionalen, instinktiven Teil des Gehirns. Das schaltet den Neokortex, den denkenden Teil des Gehirns, aus. Um Zugang zum denkenden, rationalen Teil Ihres Gehirns zu bekommen, müssen Sie die emotionale Seite beruhigen. Das kann sehr schwierig werden, solange die Wut in Ihnen steckt. Aber wir können uns antrainieren, stets eine Pause einzulegen, bevor wir unseren Gefühlen Ausdruck verleihen. Sobald Sie sich Ihrer Gedanken bewusst werden, können Sie auf die Bremse treten und in den gegenwärtigen Augenblick zurückkehren. Indem Sie Ihre Atemfrequenz verlangsamen, erreichen Sie, dass sich auch Ihr Puls wieder normalisiert und Sie insgesamt ruhiger werden. Halten Sie also 5 Sekunden lang den Atem an, um ihn zu resetten, und atmen Sie dann 3 Sekunden ein und anschließend noch langsamer wieder aus. Fahren Sie sofort und bedenken Sie dabei, dass das Ausatmen die allgemeine Verlangsamung bewirkt. Neben dem achtsamen Atmen gibt es noch eine Reihe weiterer Möglichkeiten, wie Sie sich beruhigen können. Probieren Sie selbst aus, was Ihnen im Augenblick der Wut am besten hilft. Zwingen Sie sich, im Kopf das Alphabet aufzusagen. Zählen Sie von 20 rückwärts. Überlegen Sie, was Sie während des gestrigen Tages gegessen und getrunken haben. Zählen Sie im Kopf ein Elefant, zwei Elefanten, bis zu vier, während Sie einatmen. Halten Sie den Atem kurz an und zählen Sie genauso beim Ausatmen. All diese Techniken zwingen Sie, den denkenden Teil Ihres Gehirns zu beschäftigen. Probieren Sie sie aus. Sie funktionieren. Viertens. Schaffen Sie achtsamen Raum für Ihre Wut. Sie wird sich mit der Zeit legen. Gehen Sie spazieren, joggen Sie, fahren Sie Rad oder betätigen Sie sich in anderer Weise sportlich. Wenn Sie wollen, können Sie Ihrer Wut auch Luft machen, indem Sie auf ein Kissen einschlagen Geschirr auf den Boden werfen und oder schreien, rufen, kreischen oder fluchen, solange Sie damit niemanden erschrecken. Singen Sie zu schneller, lauter Musik. So werden Sie etwas von der Energie los, die sich in Ihnen aufgestaut hat. Oder Sie hören beruhigende Musik. Das heitert Sie auf und verlangsamt Ihre körperlichen und emotionalen Reaktionen. Machen Sie etwas Kreatives. So kanalisieren Sie Ihre Energie und konzentrieren sich auf etwas anderes. Rufen Sie einen Freund an und erzählen Sie ihm, was geschehen ist und warum Sie so wütend sind. Sobald Sie Ihre Wut auf achtsame Weise gebändigt haben, können Sie klare Gedanken fassen und beschließen, was Sie als nächstes tun wollen. Lassen Sie sich damit jedoch nicht zu viel Zeit, damit sich Ihre Wut nicht erneut aufbaut. Setzen Sie das, was Sie zu tun beschließen, mit Bestimmtheit und ohne Aggression um. Wenn Sie Ihren Gefühlen der Wut mit Bestimmtheit Ausdruck verleihen, erleichtern Sie die Kommunikation und verhindern, dass angespannte Situationen außer Kontrolle geraten. Hier sind einige Dinge, die Sie ausprobieren könnten. Fragen Sie sich, was Sie sich wünschen. Was soll geschehen? Genügt es Ihnen, das darzulegen, was Sie wütend macht oder wollen Sie, dass sich etwas ändert? Seien Sie konkret. Sagen Sie beispielsweise, ich bin wütend, weil... Indem Sie von sich in der ersten Person sprechen, vermeiden Sie Schuldzuweisungen und die andere Person fühlt sich nicht so leicht angegriffen. Hören Sie zu, was Ihr Gegenüber antwortet. Hören Sie wirklich hin. Verwenden Sie die Zuhörtechniken aus Kapitel 3. Fallen Sie dem anderen nicht ins Wort und denken Sie vorläufig nicht an das, was Sie erwidern wollen. Bleiben Sie in der Gegenwart. Würdigen Sie, was der andere sagt, indem Sie das Gehörte wiederholen oder mit Ihren Worten wiedergeben. Damit verlangsamen Sie das Gespräch und erhalten so Zeit zum Nachdenken. Behandeln Sie die andere Person mit derselben Aufmerksamkeit und demselben Respekt, den Sie sich von ihr wünschen. Achten Sie jedoch auf mögliche Anzeichen, dass das Gespräch eine falsche Richtung nimmt. Seien Sie bereit, das Gespräch, wenn es zu hitzig wird, zu unterbrechen, um es zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen. 6. Nehmen Sie die Situation anders wahr. Allzu leicht machen wir uns alle möglichen Gedanken darüber, warum etwas hätte geschehen oder nicht geschehen sollen, oder wir sorgen uns wegen all der Unannehmlichkeiten und des Stresses, die in eine zukünftige Situation mit sich bringen wird. Unser Geist führt uns in die Irre, während sich in uns Frust, Wut und Groll aufstauen und uns mehr Schmerzen bereiten als das Ereignis, das sie ausgelöst hat. Es gibt eine radikale Art und Weise, wie wir das ändern können. Um Eckart Tolle zu zitieren, Akzeptieren Sie den gegenwärtigen Augenblick, was immer er enthält, als hätten Sie selbst ihn sich ausgesucht. Arbeiten Sie stets mit ihm und nicht gegen ihn. Was bedeutet das? Angenommen, Sie sitzen am Steuer Ihres Autos und plötzlich nimmt Ihnen jemand die Vorfahrt. Sie weichen aus und vermeiden mit Mühe und Not einen Zusammenstoß. Sie sind wütend auf den anderen Fahrer. Wäre das Ganze hingegen ein Computerspiel gewesen, hätten Sie selbst eine Situation gewählt, in der Sie Ihre Fahrkünste hätten unter Beweis stellen können. Sie wären jetzt nicht wütend, sondern zufrieden mit sich, weil Sie es geschafft haben, einen Unfall zu vermeiden. Was Martins Situation betrifft, so hatte sie beschlossen, mit dem Passantrag zum Postamt zu fahren, um ihn dort auf Fehler überprüfen zu lassen. Sie hatte diese Entscheidung aus freien Stücken getroffen, nur hatte sie nicht mit der Möglichkeit gerechnet, dass der Antrag nicht akzeptiert würde. Hätte sie diese Möglichkeit von vornherein mit ins Kalkül gezogen, dann hätte sie die Situation leichter akzeptieren können, so als hätte sie sich diese Situation selbst ausgesucht. Auch wenn es etwas Kreativität erfordert, in dem Moment, in dem Sie eine Situation aus einem anderen Blickwinkel betrachten, können Sie gleich viel besser mit Ihrer Wut umgehen. Siebtens, Akzeptanz. Akzeptanz bedeutet einzusehen, dass die eingetretene Situation nicht zu ändern ist. Nichts könnte das, was Martin gestern tat, ungeschehen machen. Der Antrag, den sie beim Postamt vorlegte, war nicht korrekt ausgefüllt. Statt ihre Zeit damit zu verschwenden, den Schalterbeamten wüst zu beschimpfen, hätte Martin ihn besser um Rat gefragt, was genau sie tun müsste, um den Fehler zu korrigieren. Erst wenn wir die Situation akzeptieren, wie sie ist, können wir den nächsten Schritt unternehmen. Wenn Sie diese Tipps beherzigen, heißt das nicht, dass Sie niemals mehr wütend sein werden. Aber Sie können mit diesem Gefühl achtsam umgehen und Ihren Ärger konstruktiv zum Ausdruck bringen. An die Stelle der wütenden Reaktion kann eine achtsame Erwiderung treten, mit einem ganz anderen Ergebnis. Sie haben die Wahl. Vom Umgang mit der Wut anderer Menschen. Während schon der Umgang mit der eigenen Wut nicht immer einfach ist, kann uns die Wut anderer Menschen frustrieren und sogar Angst einjagen. Wut entsteht dann, wenn die Erwartungen und Überzeugungen eines Menschen wie eine Situation sein sollte, deutlich von dem abweichen, was tatsächlich passiert. Der Betreffende versteht diese Diskrepanz nicht als etwas Gutes. Wenn Sie jemandem helfen wollen, sich aus seiner Wutstarre zu lösen, müssen Sie als erstes seine Erwartungen kennen und dafür benötigen Sie wieder einmal Ihre Zuhörfähigkeiten. Erstens akzeptieren Sie die Gefühle des Anderen. Wenn jemand wütend ist, wird er leicht irrational und unlogisch, weil sein Geist ganz unter dem Einfluss der Wut steht. Wenn Sie einer wütenden Person gegenüberstehen, ist es so, als würden Sie mit einer Emotion und nicht mit einem Menschen kommunizieren. Sie brauchen jedoch nicht hinzuhören, wenn Ihr Gegenüber Sie beschimpft oder Ihnen Angst machen will. Sagen Sie, ich weiß, dass du wütend bist über das, was geschehen ist, aber ich fühle mich von dir beschimpft, eingeschüchtert. Vielleicht ist es besser, wenn wir später noch einmal darüber sprechen. Zweitens hören Sie zu. Ein wütender Mensch muss sich Luft verschaffen und so sollten Sie nicht sagen, bis der Andere seinen Gefühlen freien Lauf gelassen hat. Hören Sie jedoch sorgfältig hin, während er spricht. Vielleicht stellen Sie dabei fest, dass Ihre Vorstellung, was seine Wut ausgelöst hat, nicht richtig war oder dass Ihnen wichtige Details der jeweiligen Situation entgangen sind. Äußern Sie sich nicht zu der Frage, was Ihre Ansicht nach zu einem Wutausbruch berechtigt oder nicht berechtigt. Damit würden Sie nur das Gefühl des Anderen nicht verstanden zu werden verstärken. Ihr Gegenüber hat eigene Wahrnehmungen und Erwartungen. Es ist wichtig, dass Sie versuchen, die Wut aus der Position des Anderen heraus zu verstehen. Versuchen Sie, ergebnisoffen zu bleiben. Ziehen Sie keine vorschnellen Schlüsse und lassen Sie sich in Ihrer Einschätzung der Situation nicht davon beeinflussen, was Sie in der Vergangenheit mit diesem Menschen erlebt oder ihm gegenüber empfunden haben. Hören Sie sich an, was der Andere Ihnen sagen will, ohne ihm ins Wort zu fallen, um sich beispielsweise zu rechtfertigen oder zu widersprechen. Damit würden Sie nur Öl ins Feuer gießen. Drittens, antworten Sie ruhig. Wenn Sie schließlich antworten, sollten Sie die Stimme senken und langsamer sprechen. Damit dämpfen Sie zugleich die Intensität der Wut des Anderen. Wenn Sie mit der gleichen Intensität reagieren, geben Sie damit der Wut nur neue Nahrung. Stellen Sie klärende Fragen. Sagen Sie beispielsweise, stimmt meine Vorstellung, oder hast du das Gefühl, dass ... Erklären Sie anschließend, wie Sie sich fühlen und wie Sie die Situation sehen. Möglicherweise haben Sie eine andere Sichtweise und andere Erwartungen oder Sie schließen sich der Situationsbeschreibung des Anderen an. Wenn sich seine Wut gegen Sie richtet, könnten Sie sich entschuldigen und anschließend entweder fragen, was Sie tun können oder selbst etwas vorschlagen, um die Situation zu bereinigen. Vom Umgang mit Sorgen und Ängsten Das Markenzeichen der Angst ist die Sorge. Sorge wegen etwas, was noch gar nicht eingetreten ist und womöglich niemals eintreten wird. Zum Wesen der Sorge gehört, dass sie Sie aus dem gegenwärtigen Augenblick in die Zukunft entführt und es auf diese Weise ermöglicht, dass Ihr Geist negativ beeinflusst wird. Sorge kann durchaus nützlich sein, wenn sie uns antreibt, bestimmte Schritte zu unternehmen und ein Problem zu lösen, aber genauso gut können Zweifel und Ängste uns lähmen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Job, bei dem eine wichtige Frist immer näher rückt. Sie spüren den Druck und den damit verbundenen Stress und sorgen sich, was passieren wird, wenn Sie die Frist nicht einhalten oder aber die Frist einhalten, das Arbeitsergebnis jedoch ungenügend ist. Wenn Sie, statt sich zu sorgen, alle Aufmerksamkeit auf das richten, was Sie jetzt im gegenwärtigen Augenblick tun können, verschwindet der Stress weitgehend von selbst. Vielleicht haben Sie aber auch Schwierigkeiten, nachts einzuschlafen, weil die Sorgen immer größer zu werden scheinen. Nachts passiert es auch leichter, dass die Gedanken sich verselbstständigen. Sie versuchen, sich in den Schlaf fallen zu lassen, aber nichts lenkt Sie von Ihren Sorgen ab. Nachts können Sie auch kaum etwas gegen das, was Sie belastet, unternehmen. An dieser Stelle kann achtsames Atmen helfen. Die Aufforderung an sich selbst, das Sich-Sorgen sein zu lassen, bringt wenig oder hält nicht lange vor. Häufig werden die Sorgen dadurch nur noch hartnäckiger. Versuchen Sie dies. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich einen rosa Elefanten vor. Sobald Sie den rosa Elefanten vor Ihrem inneren Auge sehen, hören Sie auf, über ihn nachzudenken. Was immer Sie tun, denken Sie während der nächsten fünf Minuten nicht an rosa Elefanten. Wie ist es Ihnen dabei ergangen? Haben Sie weiterhin an rosa Elefanten gedacht? Das heißt natürlich nicht, dass Sie nichts gegen Ihre Sorgen tun können. Sie müssen es nur anders versuchen. Achtsamkeit kann dieser Spirale wenig konstruktiver Gedanken ein Ende setzen und Ihnen helfen, sich auf den gegenwärtigen Augenblick zu konzentrieren, anstatt den Gedanken die Zukunft vorwegzunehmen. Probieren Sie einige der folgenden Achtsamkeitstechniken aus. Erstens. Zur Kenntnis nehmen und akzeptieren. Versuchen Sie nicht, Ihre negativen Gedanken zu unterdrücken oder zu bekämpfen. Sie sollten stattdessen Ihren Emotionen, Gedanken und Empfindungen einfach erlauben, zu kommen und zu gehen. Wenn sich Gedanken und Gefühle der Angst einstellen, nehmen Sie sie am besten schlicht zur Kenntnis. Versuchen Sie nicht, sie zu ignorieren, zu bekämpfen oder zu steuern. Sagen Sie einfach zu sich selbst, aha, da gibt es also die und die Sorge und die und die Angst. Verstehen Sie sich selbst als Beobachter, als Zeuge des Augenblicks. Erinnern Sie sich noch an das Parkbank-Experiment aus Kapitel 4? Sie stellen sich vor, wie Sie auf einer Parkbank sitzen und die vorbeigehenden Menschen beobachten. Sie machen sich keine Gedanken darüber, was Sie tragen. Sie bewerten nicht, was Sie tun oder wie Sie sich verhalten. Tun Sie dasselbe mit Ihren Sorgen. Lassen Sie sie in Ihr Bewusstsein kommen und anschließend vorbeiziehen, ganz so wie die Menschen, die an Ihrer Parkbank vorbeikommen. Oder stellen Sie sich Ihre Sorgen als Wolken vor, die über den Himmel ziehen. Auch Sie kommen in Ihr Blickfeld und ziehen anschließend weiter. Akzeptieren kann helfen, mit Zweifeln und Ungewissheiten zurechtzukommen, besonders wenn Sie dazu neigen, sich wegen Dingen Sorgen zu machen, auf die Sie wenig Einfluss haben. So könnten Sie beispielsweise Sorge haben, dass Sie womöglich an Krebs erkranken, dass Sie Ihren Job verlieren oder überfallen werden. Schwierigkeiten im Umgang mit Zweifeln und Ungewissheiten sind ein wichtiger Faktor für Ängste und Sorgen. Aber die Fixierung auf den schlimmsten anzunehmenden Fall kann nicht verhindern, dass dieser tatsächlich eintritt. Das Einzige, was Sie damit erreichen? Sie versäumen es, die guten Dinge in Ihrem Leben jetzt und hier zu genießen. Wenn Sie sich also nicht länger sorgen wollen, müssen Sie als erstes Ihr Bedürfnis nach Sicherheit und sofortigen Antworten befriedigen. Hier spielt die Bereitschaft zu akzeptieren eine wichtige Rolle. Akzeptieren heißt nicht, dass Sie Ihre Gefühle und die Gründe dafür analysieren. Wichtig ist lediglich, dass Sie diese Gefühle bewusst registrieren, egal worauf Sie sich gründen. Zweitens, seien Sie neugierig. Nutzen Sie den Anfängergeist. Sorgen können von vergangenen Ereignissen und Erfahrungen beeinflusst sein. Wenn Sie Erinnerungen immer wieder wachrufen und die erinnerten Ereignisse stets aufs Neue durchleben, kann dies dazu führen, dass Sie sich auch vermehrt Sorgen wegen der Zukunft machen. Haben Sie Sorge, dass sich etwas in Zukunft ebenso schlecht entwickelt wie bereits in der Vergangenheit? Vielleicht haben Sie den letzten geselligen Abend oder die letzte Arbeitsbesprechung als schwierig in Erinnerung und fürchten nun, dass die nächste Party oder die nächste Besprechung genauso schrecklich werden wird. Vielleicht müssen Sie sich in Kürze im Krankenhaus eine Operation unterziehen und haben das letzte Mal schlechte Erfahrungen gemacht. Jetzt fürchten Sie sich vor dem nächsten Krankenhausaufenthalt. Indem Indem Sie auf vertraute Situationen, Erfahrungen oder Ereignisse auf gewohnte Art reagieren, verlieren Sie den Bezug zur Gegenwart und leben stattdessen in der Vergangenheit. Damit verhindern Sie, neue Erkenntnisse in Ihr Bewusstsein dringen. Ein Anfängergeist, eine quasi naive Herangehensweise ermöglicht es Ihnen, noch einmal von vorn zu beginnen. Sie schieben die Überzeugungen, zu denen Sie in der Vergangenheit gekommen sind und die Schlussfolgerungen, die Sie zuvor gezogen haben, im Kopf beiseite. Stattdessen überlegen Sie, was Sie aus den vergangenen Situationen gelernt haben. Welche Lektionen aus der Vergangenheit können Ihnen helfen, damit das nächste Erlebnis besser wird? Was könnten Sie beispielsweise auf der nächsten Party anders machen? Vielleicht bringen Sie einen Freund oder eine Freundin mit, damit Sie nicht ohne einen Gesprächspartner dastehen. Vielleicht haben Sie aus Ihren Krankenhauserfahrungen gelernt, wie wichtig es ist, dass Sie klar kommunizieren, welche Art von Pflege und Medikation Sie sich wünschen. Und vielleicht können Sie einen Familienangehörigen oder einen Freund bitten, für Sie, den Anwalt zu spielen. Offenheit für neue Möglichkeiten kann Sorgen und Ängste lindern, denn wenn Sie sich darüber klar werden, was Sie haben, eines der Merkmale von Sorge und Angst. Halten Sie nach etwas Neuem Ausschau, das Sie diesmal ausprobieren können. Machen Sie sich bewusst, dass es tatsächlich etwas gibt, was Sie anders machen können als das letzte Mal. Drittens Schaffen Sie Platz im Kopf. Halten Sie Dinge schriftlich fest. Häufig betreffen unsere Sorgen Ereignisse, die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht eintreten. Das machen wir uns aber nicht klar, weil wir zu sehr mit dem beschäftigt sind, was passieren könnte. Versuchen Sie, Ihre Sorgen aufzuschreiben. Wenn Sie Ihre Gedanken, Ängste und Sorgen, die sich um Vergangenes und zukünftiges drehen, schriftlich festhalten, schaffen Sie Platz im Kopf, sodass Sie sich wieder auf die Gegenwart konzentrieren können. Halten Sie schnell aufschreiben und buchstäblich beobachten und auf diese Weise selbst frei werden für die Gegenwart. Von Zeit zu Zeit können Sie dann nachlesen, was Sie einige Wochen zuvor geschrieben haben und dies mit dem vergleichen, was daraus geworden ist. Ereignisse, die Sie so sehr gefürchtet haben, sind entweder nicht eingetreten oder aber sind eingetreten und Sie haben in geeigneter Weise darauf reagiert und Viertens Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie beeinflussen können. Wenn Sie wegen einer Situation besorgt sind, sollten Sie diese Sorgen nicht dadurch verstärken, dass Sie nach der perfekten Lösung suchen. Ihre Sorge und die Lösung des Problems sind zwei völlig verschiedene Dinge. Um ein Problem zu lösen, analysieren Sie zuerst die Situation und entwickeln Schritte, wie Sie darauf reagieren können. Anschließend setzen Sie den Plan im Jetzt in der Gegenwart um. Die Sorge hingegen führt Sie nur selten zu einer Lösung. Mögen Sie auch noch so viel Zeit damit verbringen, sich Schreckensszenarien durch den Kopf gehen zu lassen, Sie werden dennoch im Ernstfall nicht besser darauf vorbereitet sein. Notieren Sie alle möglichen Lösungen, die Ihnen einfallen. Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie verändern können und haben. Nachdem Sie sich für eine Option entschieden haben, erstellen Sie einen Handlungsplan. Das ähnelt sehr der Arbeit an Ihren Zielen. Hören Sie dazu auch achtsame Ziele in Kapitel 7. Sobald Sie einen Plan haben und anfangen, in der Angelegenheit etwas zu unternehmen, werden Ihre Sorgen nachlassen. Denn jetzt denken und handeln Sie in der Gegenwart, anstatt immer nur an die Zukunft zu denken und sich deswegen Sorgen zu machen. 5. Sprechen Sie darüber. Sprechen Sie ruhig und beschwichtigend zu sich selbst, wie Sie es mit einem Freund oder einer Freundin machen würden, die gerade eine schwierige Zeit durchlebt. Sagen Sie positive Sätze wie auch auch das geht vorüber. Indem Sie mit jemand anderem über Ihre Sorgen sprechen, erkennen Sie besser, welche Optionen Sie haben oder wie die Lösung aussehen könnte. Dieser jemand könnte ein Freund, Verwandter oder Kollege sein. Vielleicht haben Sie auch das Bedürfnis, mit jemandem zu sprechen, der nicht unmittelbar an Ihrem Leben beteiligt ist, einem Arzt, einem Berater oder einer Selbsthilfe Gruppe für Menschen in bestimmten Situationen. Sechstens Gönnen Sie sich Sorgen Zeit und ziehen Sie anschließend weiter. Manche Menschen empfinden es als hilfreich, sich täglich eine gewisse Zeit mit ihren Sorgen zu beschäftigen. Anschließend legen Sie sie im Geiste beiseite und widmen sich anderen Dingen, von denen sie wissen, dass diese sie kommen, Anspruch nehmen. Dinge, die sie gern tun und die sie daran hindern, sich zu sehr auf ihre Sorgen zu konzentrieren. Flow-Aktivitäten haben diese Eigenschaft. Sie verschaffen uns eine echte Pause von der Beschäftigung mit der Vergangenheit und dem Sich-Sorgen um die Zukunft. Überlegen Sie, auf welche Aktivitäten Sie zurückgreifen können, wenn Sie von Ihren Sorgen abschalten wollen. Etwas, was sie zehn Minuten oder eine Stunde lang abtauchen lässt, was Konzentration und Einsatz fordert und Ihre komplette Aufmerksamkeit auf das Jetzt und Hier lenkt. Das könnte ein fesselnder Roman, ein Puzzle, eine Runde mit dem Fahrrad oder eine kurze Yoga-Sequenz sein, was auch immer es Ihrem Geist schwer macht, immer wieder abzuschweifen und Ihren Gedanken über die Gegenwart oder die Zukunft Raum verschafft. Ein Geist im Flow-Zustand ist bekanntlich so sehr mit einer Sache beschäftigt, dass kein Raum für sorgenvolle Gedanken bleibt. Siebtens Bauen Sie durch Sport und bewusste Atmung Spannung ab. Sport ist eine gute Möglichkeit, die Übermacht der Sorgen zu verhindern, weil er unsere Aufmerksamkeit auf unseren Körper lenkt. Auf diese Weise baut er Spannung ab und verbraucht Adrenalin. Sie brauchen dazu kein langes Lauftraining oder das Fitnessstudio. Ein guter Spaziergang bringt ebenso viel. Es klingt recht einfach, sich mit Hilfe von Achtsamkeits Übungen und Techniken auf die Gegenwart zu konzentrieren, aber es will gelernt sein. Anfangs wird Ihr Geist vermutlich immer wieder zu den Sorgen zurückwandern. Bedenken Sie jedoch, dass Sie jedes Mal, wenn Sie sich zurück in die Gegenwart bringen, eine neue Gewohnheit verstärken, die Ihnen helfen wird, sich aus dem Kreislauf von Sorge und Angst zu befreien. Wenn wir von Sorgen oder Ängsten geplagt werden, wird unsere Atmung häufig schwerfällig und flach. Da kann es helfen, Atemtechniken zu trainieren und sich regelmäßig sportlich zu betätigen, um die Spannung abzubauen. Übung Spannung Wenn uns Gedanken und Gefühle der Angst überwältigen, spüren wir häufig ein Beklemmungsgefühl im Bereich der Brust und der Kehle. Auch wenn es sich in Wahrheit um eine Verspannung der Brust- und Halsmuskulatur handelt, fühlen wir uns häufig so, als bekämen wir nicht genug Luft. Das kann dann zu Panik und Schwindel führen, was uns wieder in unserem Eindruck bestärkt, wir bekämen tatsächlich nicht genug Luft. Bevor wir wissen, wie uns geschieht, setzt eine Spirale der Angst ein, bei der eine Angst die nächste auslöst. Was können wir dagegen tun? Nehmen Sie es zur Kenntnis und akzeptieren Sie es. Wenn Sie merken, dass Ihr Atem flach wird, lassen Sie dies einfach zu. Je mehr Sie eine Empfindung einfach zulassen können, ohne darauf mit ängstlichen Gedanken zu reagieren, desto besser. Sagen Sie sich selbst, dass die Sie kann da bleiben, solange sie möchte. Sie stellt kein Problem dar, denn Sie werden deshalb nicht aufhören zu atmen. Wollen Sie sich selbst davon überzeugen? Das können Sie tun, indem Sie Tiefluft holen und den Atem so lange wie möglich anhalten. Das macht Ihnen vielleicht Angst, weil Sie sich ohnehin schon um Ihre Atmung sorgen. Nachdem Sie Ihren Atem eine kurze Zeit lang angehalten haben, werden Sie den Zwang verspüren, rasch auszuatmen und erneut Luft zu schöpfen. Während Sie die verbrauchte Luft herauslassen und nach neuer Luft schnappen, stellen Sie sich am besten vor, wie Sie zugleich Ihre Furcht entweichen lassen. Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals. Stellen Sie sich jedes Mal, wenn Sie ausatmen, vor, wie die Furcht Ihren Körper verlässt. Ihr Atem wird sich natürlich normalisieren. Diese Übung kann Ihnen helfen, mehr Zuversicht in die Fähigkeit Ihres Körpers zur Atmung zu gewinnen. Sie lernen, dass Sie mit Ihrer Atmung tun können, was Sie wollen. Der Körper behält die Kontrolle und sorgt selbstständig dafür, dass Sie atmen können. Sobald Sie bewusst atmen, wird es Ihnen besser gelingen, sämtliche Aspekte Ihres Fühlens in den Augenblick einzubringen. Und weil alle diese Aspekte Ihre physische Reaktion, Ihr Denken und Ihr Verhalten zusammenhängen, werden Sie in dem Augenblick, in dem Sie bewusster atmen, zugleich auch bewusster denken und sich bewusster verhalten. Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Fokussierung auf die Atmung die Situation nur schlimmer macht, dass in Augenblicken, in denen Sie sich zu viele Sorgen machen, alles zum Problem wird, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit lenken, dann sollten Sie überhaupt nicht über Ihre Atmung nachdenken. Probieren Sie in diesem Fall eine andere Aufmerksamkeitstechnik aus. Wenn Sie das achtsame Atmen trainieren, während Sie gerade nicht von Sorgen und Ängsten geplagt werden, etablieren Sie damit eine hilfreiche Gewohnheit, auf die Sie leicht zurückgreifen können, wenn Sie Konzentrieren Sie sich auf das, was gerade jetzt passiert. Wenn Sie kurz vor einer Situation stehen, die Sie mit Sorge erfüllt, beispielsweise ein Arzttermin oder ein Bewerbungsgespräch, sollten Sie sich auf etwas anderes konzentrieren. Ein Buch, das Sie gerade mit Vergnügen lesen oder Musik auf Ihrem iPod. Wenn Sie merken, dass ängstliche Gedanken von Ihnen Besitz ergreifen, achten Sie andere Menschen beobachten oder Ihre Umgebung im Detail studieren. Jedes Mal, wenn sich dann ein beunruhigender Gedanke meldet, nehmen Sie ihn einfach zur Kenntnis, lassen ihn vorbeiziehen und konzentrieren sich dann wieder auf die Musik, auf die Menschen um Sie herum oder was sich sonst noch vor Ihren Augen abspielt. Wenn es nichts zu beobachten gibt, konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung. Anfangs wird Ihr Geist vermutlich immer wieder zu den Sorgen zurück wandern. Rufen Sie sich dann noch einmal Ihre gerade neu gewonnene Erkenntnis in Erinnerung. Jedes Mal, wenn Sie sich zurück in die Gegenwart bringen, verstärken Sie überredete sie ihn von London nach Cornwall umzuziehen, um in ihrer Nähe zu sein. Die ersten Jahre funktionierte das gut, John gewann neue Freunde und genoss das Leben in der Kleinstadt. Oft hütete er die Enkelkinder über Nacht, wenn Mischka bis spätabends zu arbeiten hatte. Als John eines Tages einen weiteren Schlaganfall erlitt und schwer stürzte, war klar, dass er von nun an intensiver Pflege bedurfte. Seit Mischkas ältester Sohn zu Hause ausgezogen war, hatte sie ein freies Zimmer. Sie bestand darauf, dass John zu ihr zog, wo sie sich um ambulante Pflegekräfte kümmern wollte, die nach ihm schauten. Das funktionierte jedoch nicht. Mischka fiel es zunehmend schwer, den Wünschen und Bedürfnissen ihres Vaters gerecht zu werden. Stress und Verbitterung nahmen immer mehr zu. Am Ende war sie der Situation nicht länger gewachsen. Nach sechs Monaten in ihrem Haus zog John in ein Altersheim. Einen Monat später stürzte er und brach sich die Hüfte. Wenige Wochen später starb er an den Komplikationen der Hüftoperation. Ich trug riesige Schuldgefühle mit mir herum. Ich hatte meinen Vater überredet nach Cornwall und später zu mir zu ziehen. Ich hätte mich um ihn kümmern müssen, aber ich konnte es einfach nicht. Es war unmöglich. Schuldgefühle mit sich herumzutragen ist wie eine Bergtour, bei der wir ständig Steine auflesen und in unseren Rucksack werfen. Jedes Mal, wenn wir an das Geschehene denken, holen wir einen Stein heraus und schlagen uns damit an den Kopf. Das ist unnötiges Leid. Wir tragen ein schweres Gewicht mit uns herum, das uns niederdrückt und am Weiterkommen hindert. Wenn wir uns das, was wir getan oder nicht getan haben, zum Vorwurf machen, etablieren wir destruktive Denkweisen, die uns am Ende nur noch weiter runterziehen. Es ist viel besser, wenn wir uns das Leben nicht selbst schwer machen, und zwar aus einem sehr praktischen Grund. Indem wir uns selbst verzeihen, können wir Schuldgefühle können eine positive Rolle erfüllen, wenn sie uns dazu bringen, unser Verhalten zu ändern. Wir machen uns bewusst, dass wir etwas Falsches getan haben und vergleichen unser tatsächliches Verhalten mit dem angemessenen Verhalten. Diese Erkenntnis allein kann uns motivieren, Dinge in Ordnung zu bringen und oder unser Verhalten zu ändern. Ob wir uns schuldig fühlen, weil wir eine ganze Packung Kekse gegessen, einen geliehenen Gegenstand beschädigt oder verloren oder einen Verwandten enttäuscht haben, solche Schuldgefühle machen alle unsere guten Absichten zunichte, nehmen uns die Energie und bereiten uns Stress und Angst. Eine Studie hat gezeigt, dass Menschen, die sich ihre Regelverstöße verzeihen, sich beim nächsten Anlauf besser verhalten als Menschen, die sich große Vorwürfe machen. Mit anderen Worten, indem sie sich von Schuldgefühlen befreiten, konnten diese Menschen ihre guten Absichten besser umsetzen, sodass sie sich beim nächsten Mal nicht mehr schuldig zu fühlen brauchten. Anstatt über die Vergangenheit nachzugrübeln, nutzen wir unsere Schuldgefühle demnach am besten, wenn wir sie wahrnehmen, das Geschehene akzeptieren, daraus lernen, uns klarmachen, was zu tun ist und uns anschließend wieder anderen Dingen zuwenden. Erstens, es handelt sich um ein Gefühl. Machen Sie sich klar, dass wir es hier lediglich mit dem Gefühl zu tun haben, wir hätten etwas falsch gemacht. Das muss noch lange nicht heißen, dass uns tatsächlich ein Fehler unterlaufen ist. Beginnen Sie also damit exakt zu beschreiben, was Sie Ihrer Meinung nach falsch gemacht haben. Mischkas Schuldgefühle resultierten aus dem Umstand, dass sie einfach nicht in der Lage gewesen war, für ihren Vater in dessen letzten Monaten ausreichend zu sorgen. Sie hatte außerdem das Gefühl, dass das, was sie für ihn getan hatte, nicht das richtige gewesen zu sein schien. Im nächsten Schritt akzeptieren sie die Verantwortung für das, was geschehen ist. Ja, es stimmt, dass sie dies oder das nicht getan haben und ja, sie haben dieses oder jenes nicht wirklich gut gemacht. Mischka musste sich eingestehen, ja, ich habe meinen Vater überredet, zu mir zu ziehen, es war meine Entscheidung, niemand hat mich dazu gezwungen. Ja, es fiel mir ausgesprochen schwer, für ihn zu sorgen, ich tat es immer widerwilliger. Dass wir das Geschehene akzeptieren und die Verantwortung dafür übernehmen, heißt nicht, dass wir uns die Schuld dafür geben. Verantwortung akzeptieren heißt, verstehen, was uns dazu gebracht hat, die Fehler zu machen und Schritte zu unternehmen, um ähnliche Fehler in Zukunft zu vermeiden. Machen Sie sich eines klar, Selbstbeschuldigungen und Bestrafungen können nicht verhindern, dass Sie in Zukunft wieder ähnliche Fehler machen, weil Sie nichts daraus gelernt haben. Mischkas Fehler bestand einfach darin, dass Sie Ihre Fähigkeit, nach dem zweiten, schwereren Schlaganfall überschätzt hatte. Etwas, was wir aus positiver Absicht und insbesondere ohne Eigeninteresse tun, kann nicht schlecht sein. Mischka hatte unter diesen Umständen nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Heute weiß sie, damals schien es das Einzige zu sein, was ich tun Wir sind alle nur Menschen. Natürlich machen wir Fehler. Wir müssen auch unangenehme Folgen unseres Tuns sowie Schuld- und Reuegefühle akzeptieren. Aber wir dürfen uns von ihnen nicht vereinnahmen lassen. Wir müssen akzeptieren, dass wir die Vergangenheit nicht ändern können. Das, was wir getan haben, ist getan. Und das, was wir nicht getan haben, ist unterblieben. Wunschdenken ändert daran gar nichts. Sobald wir uns klar gemacht haben, was schief gelaufen ist und was davon in unseren Verantwortungsbereich fällt, können wir darüber nachdenken, was wir aus der Situation lernen können. Und dieses neue Wissen nützt uns heute und jetzt. Mischka kann nicht mehr ändern, was mit ihrem Vater geschehen ist, und sie kann ihn auch nicht mehr um Vergebung bitten. Aber sie hat gelernt, wo ihre Grenzen sind und dass sie sich nicht mehr zumuten darf, als sie leisten kann. Sie können versuchen, Wiedergutmachung zu leisten, sofern dies möglich ist. So können sie beispielsweise für Schäden zahlen oder Dinge ersetzen, die sie geliehen und verloren haben. Häufig jedoch ist die Situation nicht mehr zu ändern. Aber mit dem nötigen Anfängergeist können sie aus ihren Fehlern lernen und noch einmal neu anfangen. Sie freien, aufhören, sich den Kopf einzuschlagen und sich auf neue Herausforderungen einlassen. Auf den Punkt gebracht Gehen Sie mit dem nötigen Anfängergeist ans Werk und lösen Sie sich von Vorstellungen, die Sie in der Vergangenheit von schwierigen Situationen gewonnen haben. Nehmen Sie negative Emotionen zur Kenntnis und akzeptieren Sie sie, anstatt sie zu unterdrücken oder zu bekämpfen. Widerstehen Sie dem Drang sofort zu reagieren. Atmen Sie erst einmal tief durch. Begegnen Sie Wut mit positiven, aufbauenden Techniken. Befreien Sie sich von Ihren Ängsten und Sorgen, die um Vergangenheit und Zukunft kreisen. Schreiben Sie sie auf und wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit dann wieder der Gegenwart zu. Gestehen Sie sich Zeit für die Beschäftigung mit Ihren Sorgen zu und widmen Sie sich anschließend wieder anderen Dingen. Akzeptieren Sie die Verantwortung für Ihre Fehler und lernen Sie daraus, anstatt sich deswegen Vorwürfe zu machen. Nein. Ja. Ja.